Ja, unser Sohn, der Torben-Henrik, der ist jetzt in der Grundschule das erste Mal mit Drogen in Kontakt gekommen. Ja, da war wohl ein älterer Junge, der ihm tatsächlich Heroin angeboten hat auf dem Schulhof. Aber Torben-Henrik hat sofort abgelehnt. Dennoch, die Angst, dass er jetzt damit anfängt und das Ganze außer Kontrolle gerät, die ist natürlich da. Aber Heiko hat Gott sei Dank sofort eine Lösung gefunden. Ja, ich habe ihn lieber selbst angefixt, damit er das nicht heimlich machen muss und wir das auch ein Stück unter Kontrolle haben. Ja, und er zahlt auch immer pünktlich. Ja, möchte ich ihm aber auch geraten haben. Wo hat er das Geld eigentlich her? Das interessiert mich nicht. Er ist süchtig, nicht ich. Vielleicht geht er ja anschaffen. Glaube ich nicht, dafür ist er zu hässlich. Muss es sein, du sagst, er ist ja alt genug. Eben.